Hallo zusammen, Hi Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, was Lubins braucht, anzunehmen bei Flicky. Immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Vorquest war eine Expertenmeinung. Nehme ich hier die Quest gleich mal an. Nun darf man mit Flicky quatschen, hier die Sprechplätze anklicken. Und damit ist auch schon die Quest bereit zur Abgabe. Ziemlich einfach, oder? Quest ist abzugeben bei Flicky, immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Ich hoffe, das Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnier-Knapp ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!